Okay, er lässt den Schlüssel da. Das ist ja super nice von ihm. Das ist die Frage, wie komme ich zum Schlüssel? Also ich meine, er ist jetzt gegangen. Ja, ist cool. Das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um mir zu überlegen, wie ich... Da unten. Hier. Da muss ich hin. Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Da muss ich hin. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Rüber springen. Lässt uns sterben. Ich könnte jetzt gucken, ob ich hier rüber springe. Aber was bringt mir das? Das bringt mir nichts. Ich könnte die Sachen nehmen. Und könnte mal gucken, ob jetzt jemand kommt. Ob er uns gehört hat. Aber. Nö. Sieht nicht danach aus. Kann ich denn, wenn ich hier drüben bin? Nein, nein, nein. Kann ich jetzt einfach hier so rüber springen? Jawohl! Wir haben den Schlüssel. Okay. So, dann lass uns mal verpissen. Würde ich sagen, oder? Okay. 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 So, deswegen muss ich nämlich hier wieder zum Fahrstuhl. Genau. Den hier hochholen. Und jetzt das gleiche noch mal. Richtung Lecoch. Kann ich damit eigentlich auch geduckt laufen? Ja, damit kann ich auch geduckt laufen. Okay. Wir haben den Zwischenpoint ges... Äh, Zwischen... Jawohl! Wir haben einen Zwischenpunkt. Äh, einen Zwischenspeicher... Speicherstand. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Noch ist er da hinten. Noch findet er uns nicht geil. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt ausgetrickst bekommen. Weil er würde jetzt gleich wieder hier... hochrennen. Oder? Ja? Wo kriegen wir das hin? Schau was, schau was, schau was, schau was, schau was, schau, 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 schau. ich bin guter dinge ich bin guter dinge und renn einfach durch hallo hallo macht die tür auf hallo okay man kann die tür nicht aufmachen läuft doch noch doch okay 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 cool wir sind hier durch neu ist die große frage kommt er jetzt uns hier hinterher kommt er nicht sagt er sagt er so ja meine wurst verarbeitungsfabrik oder wir machen hier ein paar würstchen oder fleisch oder keine ahnung was ach du scheiße ich siehst doch schon komme ich muss doch jetzt mich hier an dem hebel ohne jetzt ich fange jetzt hier an wurst herzustellen okay wir fangen an wurst herzustellen aber müsste da jetzt nicht mehr rauskommen hallo 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 okay ach ich muss jetzt fleisch hier oben rein schmeißen damit das hier weiter geht oder was okay okay cool 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 das heißt wir können wieder runter fahren den hebel ziehen und dann wieder kurbeln oder also damit da ein bisschen mehr wurst rum kommt kann ich eigentlich die wurst ja ich kann die wurst hier mitnehmen aber was soll mir das am ende bringen weil ich kann ja die wurst die kommt ja nur maximal hier hin so und ich müsste ja eigentlich irgendwie da hoch oder oder nutze ich nachher die wurst ein fleischstück eine wurst na das ist ja mal ach ich schwinge mich mit dem ding der nachher rüber okay na das ist natürlich so kannst du dich hier nee ey ich muss jetzt wirklich ich wollte gerade sagen ey es kann ja jetzt nicht sein dass ich jetzt wirklich da drüber springen muss okay 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 also wir haben hier die wurstle und wir müssen das ganze fleisch was wir hier haben müssen wir dahin bringen jetzt die frage wie komme ich an mehr fleisch ah hier kann ich auch schwingen und mir fleisch einfach gönnen okay ja das muss man ja erstmal wissen okay trial and error sag ich dazu nur so dann fahren wir jetzt mal wieder runter vielleicht reicht es ja schon die mit dem fleisch noch eine weitere wurst hinzukriegen damit ich dann weil dann hätten wir drei wurste geil auch drei wurste 10 ist ganz gut bei mir und dann können wir uns bestimmt da drüber hängeln hängeldi dängeldi oder so wurst rinder und gib ihm ja guck mal das ist doch schon eine dritte wurst und damit müsste ich doch swing ding 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 dong und hoppidi hopp und rin mit dir ja super nice machen wir erstmal wieder ein bisschen licht an und guck mal wo wir jetzt raus kommen äh äh ja ja hallo tsch erstmal nochmal so ein bisschen haschballit hier oder ok also wir sind jetzt hier in der tiefkühltruhe also in so einem aufbewahrungsdings für fleisch wird wahrscheinlich recht kalt sein aber wir rennen einfach durch wir rennen einfach durch wir sind da eiskalt und wir brauchen schon wieder einen Schlüssel ja ich hatte ein bisschen die Hoffnung dass er mich nicht sieht deswegen habe ich mich nicht bewegt er hat uns nicht gesehen ja hat er uns gesehen ne oder lecker käse nom 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 und ja noch ein kleines fleischstückchen nebenbei ne komm nehmen wir uns mit oder wat ja was mach ich jetzt ich brauche ja dennoch den Schlüssel oder liegt der da drinnen so da kann ich nicht reingucken ey der atmet aber auch ey dann ist ja ja der ist nicht feierlich nicht einfach rein ist okay ey der oder ja wo ist er denn ja wo ist er denn da ist er nicht mehr da ist er weg ne drück mal das knöppchen bleibt das jetzt offen okay bleibt offen okay bleibt offen okay wir müssen mal Alter ich sehe nichts das ist rohes fleisch Junge das ist doch nicht das nein du willst es nicht essen also wir werden jetzt versuchen von dem Tisch zu dem anderen zu sneaken zu dem anderen zu sneaken ohne dass er uns sieht vielleicht nice hier vorne ist der Schlüssel also da da auf dem Tisch liegt der Schlüssel ich glaube jeder Metzger würde sich jetzt an den Haaren raufen Alter aber du hast aber auch Spaß in deiner Arbeit oder vor die 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 okay warte mal wir gehen jetzt mal hier rüber ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell Scheiße er hat schon wieder geil auf mich fuck you alter ja ist okay komm grab mich ich ach shit ich wollte mich erst noch verstecken mit dem Schlüssel und das ach maaaann maaaann das ist jetzt natürlich super ärgerlich das ist jetzt